Assalamu alaikum, liebe Freunde, ich habe euch heute Vormittag angekündigt, dass ich ein paar Worte verlieren möchte für meine europäischen Tunesien Freundinnen und Freunde in Europa, aber auch für meine Landsleute in Europa. Zum Thema neue Verfassung und der berühmte Artikel 1, Anpassung dieses Artikels. Es gibt zwei wichtige Termine dieses Jahr für Tunesierinnen und Tunesier. Am 25. Juli gibt es ein Referendum, ein Volksreferendum. Da entscheidet das Volk über eine ganz einfache Frage. Wollt ihr Tunesierinnen und Tunesier beim heutigen parlamentarischen System bleiben, wo das Parlament die Hauptmacht hat und der Präsident des Landes nur über die Sicherheit? Und die Innen- und Aussensicherheit und über die Außenpolitik entscheidet. Oder wollt ihr, Klammer, zurück wechseln in ein Präsidialsystem, wo der Präsident mehr Macht hat und aber das Parlament immer noch das kontrollierende und das gesetzgebende Organ ist? Wir schätzen, dass die Tunesier wechseln werden. Und jetzt, um es vorwegzunehmen, vor allem Tunesierinnen und Tunesier in Frankreich, wenn Sie mich hören und verstehen, aber auch Europäerinnen und Europäer, das ist keine neue Geschichte. Frankreich hat es gemacht. De Gaulle hat die Franzosen in den 60er Jahren, der hat ihnen wortwörtlich gesagt, hey, das Land ist nicht mehr regierbar mit diesem Parlament. Also wollt ihr mir die Macht geben in einem Referendum, dass ich mehr Macht bekomme? Und das haben die Franzosen akzeptiert. Und Macron verdankt seine Macht heute diesem Referendum, das wir am 25. Juli bekommen werden. Erster wichtiger Termin. Zweiter wichtiger Termin, 17. Dezember. Da wird, egal wie die Entscheidung jetzt im Juli ausfällt, über ein neues Parlament gewählt, entschieden. Also neue Parlamentarier werden gewählt. Hier kann man jetzt schon abzeichnen, dass die Al-Nahda kaum Chancen hat. Also ich wage jetzt keine Prognosen, aber ich schätze jetzt mal 5 bis 8 Prozent sind es vielleicht noch. Jetzt, der Artikel 1 sagt im Moment, Tunesien ist ein freies, unabhängiges Land. Seine Sprache ist Arabisch, seine Religion ist der Islam. Ich habe auf diese Problematik schon mehrmals, vor ein paar Jahren schon hingewiesen. Nämlich, ihr kennt vielleicht einen, der bekannt wurde in Tunesien, nämlich den ehemaligen Tourismusminister René Trabilzi. René Trabilzi ist Jude, aber er hat einen tunesischen Pass. Jetzt, wenn er in der einen Hand den tunesischen Pass hat und in der anderen Hand die tunesische Verfassung und er liest den ersten Artikel, dann sagt er sich, hey, die Verfassung schließt mich hier doch aus. Klar sagt die Verfassung später, die Religionen werden geduldet und akzeptiert und so weiter und geschützt und so weiter und so fort. Aber der erste Artikel sagt ihm, in diesem Land, dieses Land hat den Islam als Religion. Du als Jude, du als Christ, du als Buddhist, du als Atheist, Agnostiker, was auch immer. Du hast zwar einen Pass, aber eigentlich hast du mindestens einen Artikel in der Verfassung, der nicht auf dich passt. Die meisten, nicht alle europäischen Verfassungen, haben diese Geschichte herausgenommen. Jetzt, warum gibt es die Problematik mit diesem Artikel? Daher nehmen das wenige Prozent, das sind etwa 96 Prozent, sind Moslems und auf die trifft ja dieser Artikel zu. Das Problem mit diesem Artikel ist, dass er erlaubt, zwei verschiedene Gesetze zu haben. Du hast ein Erbgesetz nach ziviler Art und ein Erbgesetz nach Scharia. Wenn du sagst, der Islam ist die Religion dieses Landes, dann bist du sehr schnell, und das macht selbstverständlich ein Nachbar, sehr schnell bei der Scharia. Ja, jetzt nehmen wir dieses Erbschaftsgesetz. Die Scharia sagt, wenn ein Mann stirbt und er hinterlässt, sagen wir mal der Einfachheit halber, nur einen Jungen und ein Mädchen. Der Junge erbt doppelt so viel wie das Mädchen. Punkt. Keine Diskussion. Jetzt, viele haben gemotzt, Frauen selbstverständlich, vor allem mit Recht, denn die Bedingungen für diese unterschiedlichen Anteile sind nicht mehr da. Die Bedingung war, die Männer sind für die Frauen verantwortlich, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und ich kenne einige Frauen, die ihre Männer unterhalten. Bejahat Zipzi kurz vor seinem Tod hat überlegt, wie können wir das lösen, wie können wir das lösen, und Gott vergebe ihm. Er hat einfach gesagt, macht, was ihr wollt. Ihr könnt teilen nach Scharia oder ihr könnt teilen nach Zivilgesetz, 50-50 Mädchen und Jungen. Jetzt, wenn es um dreieinhalb Schafe geht und eine alte Hütte, da wird kein Problem entstehen. Aber wenn es um Immobilien, Millionen Bankkonten in DINAR geht, da ziehen sich die Streitigkeiten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in die Länge. Und die Mädchen sagen, wir wollen halbe, halbe, und die Jungs sagen, wir wollen zwei Drittel, ein Drittel. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, wenn du sagst, der Islam ist die Religion der Nation. Kai Said hat das versucht zu erklären, die Nation und die Ummah. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ummah, die Ummah, die Ummah, das war zu den Kalifenzeiten und zu den Sultanzeiten, zur Zeit der Ottomanen beispielsweise, das war quasi von Marokko bis Nahen Osten. Das war die Ummah. Und da herrschte der Islam mit seinen Regeln über die ganze Ummah. Aber heute haben wir eine Nation, die ist definiert, geografisch. Tunesien liegt in Nordafrika, hat zwölf Millionen Leute. Diese Nation kann keine Religion haben, denn es könnten auf einmal eine Million, zwei Millionen Nicht-Muslime in Tunesien leben. Das ist wie wenn man sagen würde, Deutschland ist ein christliches Land. Ja, da müssen sämtliche Moslems und Juden und Buddhisten und alle anderen raus, oder wie? Oder dann gilt das Gesetz nicht für sie, oder wie? Also mit diesem ersten Artikel haben wir uns ja wirklich, aber das ist seit der 1956er und dann eben bei der 2014er Verfassung genau das Gleiche. Wir haben uns hier ein Problem eingebrockt. Ich komme mit einem ganz konkreten Beispiel gleich. Wenn du sagst, dass seine Religion, Tunesien Religion ist der Islam. Und jetzt fragst du einen Nachwahl zum Beispiel, oder sonst einen Scheich, oder sonst einen Imam, wer ist Moslem? Neben den fünf Säulen, er sollte nicht trinken, er sollte nicht Ehebuch begehen, er sollte, er sollte, ja, Entschuldigung, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber wenn du die alle ausschließt, dann bleibt in Tunesien nicht mehr viel. Okay? Das konkrete Beispiel, wonach die Europäer durch die Auflösung, übrigens, eigentlich ist nur Frankreich ein säkulares Land. Also Frankreich hat die Verfassung so angeschaut, Frankreich ist das einzige Land, das das Volk hat bestimmt. Frankreich ist ein unteilbares, säkulares Land, die Verfassung von Deutschland fängt immer noch an mit, im Wissen um seine Verantwortung gegenüber Gott und dem Menschen hat das deutsche Volk das und das beschlossen. Die schweizerische Bundesverfassung fängt auch an im Namen Gottes des Allmächtigen. Also, es geht nicht um diese Ausdrücke, es geht um eine Formulierung, die es ermöglicht, je nachdem wie man die Verfassung liest, daraus zu schließen, dass ich hier islamische, christliche, jüdische Gesetze anwenden kann und muss. Ich komme zum Beispiel. Sexuelle Belästigung von Frauen. Es gibt natürlich auch die sexuelle Belästigung an Männern, aber sie ist relativ selten und kaum ein Mann geht klagen. Sexual Harassment. Wir hatten dieses Thema schon länger in Hollywood, ist es aufgetaucht, später wurde dann die MeToo-Aktion draus und so weiter. Aber zuvor hatten wir in den Unternehmen, großen Unternehmen, auf einmal die Aufforderung aufzupassen mit unseren weiblichen Kolleginnen. Ich kann euch sagen, ich habe bei einer großen Firma, Schweizerische Rückversicherung, Swiss Reinsurance Company, gearbeitet, 9000 Mitarbeitende. Wir haben eines Tages, ich glaube 2010 vielleicht, eine E-Mail bekommen, alle, mit einem Attachment, einem Dokument, das Bestandteil unserer Verträge war. Wer diesen Bestandteil nicht ausdruckt und unterschreibt und ans HR zurückschickt, kann sich in gekündigtem Arbeitsverhältnis betrachten. Worum ging es? Um sexuelle Belästigung. Dann war ein Link zu einem Video von zwei Stunden circa. Wir haben dieses Video alle durcharbeiten müssen. Und zwar, da konntest du nicht einfach so drüber oder schnell Modus. Du musstest Fragen beantworten und wenn du unter 80% warst, musstest du es wiederholen und so weiter und so weiter. Also, ernsthafte Geschichte. Worum ging es? Vor diesem E-Mail haben wir unsere Kolleginnen ein E-Mail angeschrieben. Hey, kommst du heute Mittag zum Essen? Gehen wir heute Nachmittag kurz einen Kaffee trinken in der Cafeteria? Und wir haben unsere Kolleginnen, wenn sie in Urlaub gingen oder wenn wir in Urlaub gingen, mal umarmt, mal Rücken gestreichelt und so weiter. Und dann hat man uns gesagt, wie wir uns verhalten sollen. Und ich kann euch garantieren, ab diesem Moment haben wir aufgehört, unsere Kolleginnen einzuladen. Und es ging so weit, dass die Frauen wirklich sich geärgert haben und sagten, hey, Moment mal, also ich würde gerne jetzt mit dir Mittagessen. Und unverheiratete Jungs und Mädels, da entstand mehr aus diesen Geschichten. Und das alles wurde natürlich nachher abgebrochen, weil man riskiert hat, eine Dame kann mit einem einfachen E-Mail als HR schreiben, dass sie belästigt wurde. Mündlich, physisch, wie auch immer. Und es gab eine Verwarnung, beim zweiten Mal eine fristlose Kündigung. So, wie lösen wir das? Vor ein paar Jahren, es geht um das gleiche Thema in Ägypten, Belästigungen von Mitarbeiterinnen durch Mitarbeiter in einem Büro, zum Beispiel in einer Bank. Da geht doch ein Mufti, ein Scheich, ein, was weiß ich was, und sagt, wisst ihr was, ich habe die Lösung für euch. Wenn ihr Frauen belästigt werdet von einem Mann, gebt ihm fünfmal die Brust, stillt ihn. Entschuldigung, dass ich das sage, aber es ist so. Was ich jetzt sage, ist nicht für Ohren unter 18 Jahren. Stillt ihn. Und zwar kann sie ihn ja nicht mitten im Büro, in einem Großraumbüro in Kairo, wo 30 Männer und Frauen zuschauen. Also müssen sie irgendwo hin, auf die Toilette am besten. Tür zu, still ihn. Am nächsten Tag, mach wieder auf, gib ihm die Brust. Fünfmal. Dann ist er theoretisch dein Sohn, denn er hat von deiner Milch getrunken. Und dann bist du für ihn haram. Deine Töchter sind seine Schwestern, sie sind auch haram für ihn. Deine Mutter, deine Tanten sind alle haram für ihn. Jetzt sagt die Hoffi, kommt alles dazu? Ja, ich kann euch sagen. Und das ist jetzt speziell für meine muslimischen Glaubensfreunde und Freundinnen. Es gibt einen Hadith, wonach Aisha gesagt haben soll. Ich erwähne nie einen Hadith ohne das Verb sollen, weil ich nie und immer dran glaube. Wonach Aisha gesagt haben soll, dass der Prophet gesagt haben soll, einer Frau, die sich belästigt fühlte, still ihn doch. Dann ist er eben haram für dich. Aisha geht weiter, die Frau des Propheten, und sagt, in der Version des Korans kurz vor dem Tod des Propheten gab es zwei Verse bezüglich des Stillens des Erwachsenen. Der eine sagte zehnmal, wenn du also einen Mann zu deiner Familie, zu deinem Haram oder Mahram aufnehmen willst und er darf dich nicht heiraten, er darf dich nicht küssen, er darf dich nicht ohne Kopftuch sehen und so weiter, eben gib ihm zehnmal die Brust und dann ist gut. Dann sagte sie, dieser Vers wurde ersetzt durch einen anderen Vers, der sagte, fünfmal genügt. Also mit anderen Worten, Gott hat zuerst gesagt, still ihn zehnmal. Es geht um einen Vers, nicht um einen Hadith vom Propheten. Sie sagte, es war ein Vers im Koran und wurde so rezitiert, kurz vor dem Tod des Propheten. Ein Vers, den Gott geschickt hat, nachher hat sich Gott überlegt, nein, zehnmal ist zu viel für die Frau, sie soll ihn fünfmal stillen und dann soll er abhauen. Jetzt überlegt euch bitte, und darum warne ich immer vor den Hadithen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Freunde, es gibt nur zwei. Dieser Hadith stimmt. Dann heißt das, dass wir mindestens zwei Verse vom Koran nicht mehr haben. Die sind nämlich nicht mehr drin. Die sind nicht drin. Du kannst von der ersten bis zur letzten Sure schauen, die sind nicht drin. Somit fehlen uns zwei. Wenn uns zwei fehlen, dann fehlen uns vielleicht hundert. Dann sind vielleicht aber hundert von anderen Leuten reingekommen. Von Leuten nach dem Tod des Propheten, die gesagt haben, ich habe auch den Propheten gehört, wie er etwas rezitiert. Dann haben wir ein Riesenproblem. Dann können wir nicht mehr sagen, der Koran ist Gottes Wort. Nummer zwei. Der Hadith stimmt nicht. Ist erlogen und erstunken, wie andere auch erwiesenermaßen. Dann haben wir nochmal ein Problem. Wenn der nicht stimmt, dann können auch andere nicht stimmen. 2019 war das, glaube ich, versuchen muslimische Gelehrte, in Anführungs- und Schlusszeichen, die Probleme des 21. Jahrhunderts mit Gesetzen, mit Traditionen vom siebten Jahrhundert zu lösen. Während der Europäer sich hinsetzt und sagt, okay, meine Bibel sagt etwas, aber ich gehe mit der Zeit. Und ich sage euch, in mancher Hinsicht, wenn ihr Afghanistan, Jemen, auch andere Länder seht, sind wir zwischen hundert und tausend Jahren hinter euch. Weil wir unser alltägliches Leben, wenn ihr die Müllhalde seht, wo wir leben, das ist, weil wir uns nicht einmal in dieser Hinsicht entwickelt haben. Wenn ihr mir jetzt sagt, ja, ihr habt hier Handys, ihr habt ja YouTube, ihr habt ja Facebook, ihr habt PCs, ihr habt Autos, ihr habt Flugzeuge. Das sind eure Handys, eure Flugzeuge, eure Autos, eure PCs, eure Software. Nicht unsere. Wir haben in den letzten 500 Jahren nichts gebracht in der Welt. Weder wirtschaftlich, noch politisch, noch kulturell, noch wissenschaftlich. Und ich behaupte, das ist, weil wir für die Probleme der wandelnden Zeit, der sich verändernden Zeit, immer noch die eine einzige Quelle haben, aus dem siebten bis zehnten Jahrhundert, Hadife, und das ist ja nur ein Beispiel mit diesem Stillen, es gibt andere Sachen, wir versuchen, die Lösungen von heute in der Vergangenheit zu finden, da sind wir zum Scheitern einfach geweiht, keine Diskussion. Und man sieht es. Jetzt Tunesien hat den Mut und sagt, okay, eine Verfassung kann verändert werden. Die Schweizer stimmen ab und zu über eine Verfassungsänderung. Aber du kannst doch den Koran nicht ändern und die Europäer haben auch ihre Bibel nicht geändert. Die ist immer noch 2000 Jahre alt und die Thora und der Talmud sind 3500 Jahre alt. Die Juden haben ihn nicht geändert, aber ihre Verfassungen sind angepasst. Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen aufrege. Ich sehe nur hier, dass Tunesien wirklich eine Chance hat, sich Gedanken zu machen und ich werde dieses Video in etwa den gleichen Worten mal auf tunesisch machen für meine Landsleute hier. Denn viele sind hinter Qaisaid, darum glaube ich, dass das Referentum durchkommt. Aber viele sagen aber auch, oh, jetzt geht er aber zu weit. Jetzt nimmt er uns den Islam aus der Verfassung. Er nimmt nicht den Islam aus der Verfassung, er nimmt nur das Prinzip, das ganz tunesin-muslimisch ist, nimmt er aus der Verfassung. Schlägt er vor zumindest. Das war das Thema, das ich heute angeschnitten habe. Sorry, wenn es fast 20 Minuten wurden. Die Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Kommentare bitte wie immer über der Gürtellinie. Aber jede kritische Bemerkung nehme ich sehr gerne an. Assalamualaikum.